Dann darf ich jetzt den Tagesordnungspunkt 9 aufrufen. Das ist die zweite Lesung des Gesetzentwurfs der Landesregierung Tierisches Nebenprodukt- und Beseitigungsgesetz 2034-2034-2030-005. Hier ist vereinbart worden, dass wir keine Aussprache machen. Der Berichterstatter ist der Kollege Müller-Witzenhausen. Wollen wir die Berichterstatter? Machen wir, oder? Kollege Frömmrich übernimmt. Ja, das habe ich natürlich. Keine Frage. Moment mal, das ist neun. Ja, 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 das müssen wir im Gesetz machen, das ist doch klar. Bitte schön. Beschluss, Empfehlung und Bericht des Ausschusses für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Der Ausschuss empfiehlt, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. Vielen Dank, Herr Kollege Frömmrich. Also, die Abstimmungen kommen ja dann im Abstimmungsblock. Ja? Sauder. Ja, das muss man sich anschauen. Und falls Sie mir in ferry, Wir en